Im heutigen Interview habe ich wieder mit Investor und Berater Pip Glöckner gesprochen. Ich habe ihm eure Community-Fragen gestellt. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was seine Meinung zu Krypto ist, seine Meinung zu Tech-Fonds-Managern wie beispielsweise Frank Thelen und er hat eine ziemlich ausgeprägte Meinung zum Thema Investieren und Klimawandel. All diese Themen und noch einige weitere in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wenn du noch ein bisschen Zeit für uns hast, ich habe noch so ein paar Fragen, die wir vielleicht schneller abarbeiten können. Also so ein bisschen so Fragen-Hagel-mäßig, die auch zum größten Teil aus der Community kommen. Hast du noch Bock? Let's go, gib mir mir. Also Bock habe ich sowieso. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht ein Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wo du auch gerne dich kritisch zu äußert, ist das Thema. Wie siehst du insgesamt den Kryptomarkt? Oder sagen wir vielleicht mal ein bisschen rausgesumt, deine Meinung zu Bitcoin. Hat das noch eine Existenzberechtigung? Ich glaube, es ist nicht fair, wenn einzelne Menschen Kryptowährungen die Existenzberechtigung absprechen. Die Existenzberechtigung ist, ob andere Menschen daran glauben. Solange andere Menschen daran glauben ... Denkst du, es glauben noch genug Menschen dran? Ich glaube, es glauben noch genug dran, aber es glauben immer weniger dran. Also insbesondere die, die aus spekulativen Motiven oder um es zu probieren oder aus purer Gier dabei waren, ich glaube, da sind welche verschwunden gegangen. Und gleichzeitig die Hardcore-Believer, davon gibt es sicherlich nicht deutlich mehr. Von daher glaube ich, das Interesse oder der Glauben hat abgenommen. Ich glaube, Bitcoin hat eine Berechtigung. Ich glaube aber auch, dass ... Du hast ja vorhin gesagt, so 90% oder so wird eventuell nicht überlegen. Ich glaube, 99% von dem, was wir heute Krypto, Web3 und so weiter nennen, was wir heute ... DeFi, NFT. ... wird nicht überleben. Ich glaube, bei NFTs ist es normal, weil 99% der Künstler werden es auch nie in ein Museum schaffen. Nein. Das ist auch vielleicht vollkommen normal. Da ist es ja gar nicht so viel gecrashed bei den NFTs. Und da kommt ja eigentlich so das Thema Illiquidität des Markets hervor. Also dein NFT verliert nicht an Wert, wenn du es nicht unter Wert verkaufst. Aber wenn es dir eh keiner abkaufen will, dann kann der Kurs auch nicht fallen. Genau. Ich glaube, würdest du den fairen Wert, den estimated Wert da ranschreiben, dann würde die Panik viel stärker einsetzen. Im Moment glaubt halt jeder noch, es ist so lange ich es nicht verkauft habe, mein Wert wert. Kompliziert, genau. Was mir immer noch fehlt ist, ist einfach ein guter Use Case wirklich für die Blockchain. Davon sehe ich halt noch zu wenig. Ich habe heute einen sehr lustigen Thread gesehen auf Twitter. Da hat jemand damit angegeben, dass sie jetzt 35 kostenlose Web 3 Use Cases weggeben oder Business-Modelle weggeben, die man sofort einsetzen könnte. Und es war, ich schicke dir einen Link vielleicht später zu, dann kannst du es in der Show-Notes machen. Es war wortwörtlich jemand, der dann gepostet hat, guck dir Amazon an. Du könntest irgendwie Micro-Warehouses in Garagen von Menschen machen und dies und das. Guck dir Costco an, guck dir Facebook an. Also, es ist so das Typischste, was du kennst aus der Kryptos sehen, dass jemand sagt, hier gibt es ein Modell, das funktioniert schon richtig gut, aber können wir nicht Krypto, können wir nicht Tokens hinzufügen in dem Fall? Und ich denke so, ja, aber es funktioniert ohne Tokens halt gerade gut und besser und mit Tokens wird es wahrscheinlich nicht, also ich sehe nicht, wo Tokens da den Mehrwert bringen. Ich kann das genauso gut mit Credits, mit Gutscheinen abrechnen. Es braucht diese dezentral, also dass die meistens gar nicht dezentral sind, das ist ja das große Problem. Also genau, du kannst argumentieren, es ist gar nicht dezentral und selbst die dezentralen Sachen, man muss erst mal beweisen, wo der Mehrwert der Dezentralität ist, weil es ist ja definitiv das ineffizientere System. Das heißt, das neue System muss beim Produkt irgendwas deutlich besser machen, um das alte System zu schlagen, weil dezentral per se ist eigentlich, ich sehe den Vorteil nicht, bei vielen Modellen zumindest, es gibt einige wenige vielleicht, aber und dann dich zu überlegen, wie du jedes bereits sehr gut funktionierende Modell nochmal besser machen kannst mit Tokens, ist glaube ich dir, weil die Tokens können nicht der Mehrwert sein, das macht es nicht besser, sondern du musst überlegen, was ist ein Modell, was nur mit Krypto funktioniert, was vorher komplett broken war, also was nicht funktioniert hat und es funktioniert, weil du Tokens hinzufügst und außer schnell reich werden als Gründer, habe ich noch keins gefunden, was jetzt noch einfacher geworden ist dadurch und deswegen bleibe ich skeptisch. Ich fand, NFTs war einer der Use Cases sozusagen, durch diese Royalties, die sich da drin ganz gut abbilden lassen. Ich würde schon sagen, langfristig glaube ich schon, dass irgendwas von NFTs überleben wird und dass das einer der Krypto-Use Cases werden wird und deswegen vielleicht auch Ether und Flow gute Währungen sind, auf die man eventuell setzen kann. Aber hast du irgendwas in Krypto investiert? Also direkt oder indirekt? Weil das hast du bei deiner Portfolio-Auflistung gar nicht genannt. Ich wollte es nicht nochmal anbringen, weil es hätte mir wieder ein ganz neues Fass aufgemacht. Also ich versuche mich mit einem ganz kleinen Anteil dagegen zu hedgen. Also indem ich entweder ein paar Währungen, die eher infrastrukturellen Charakter haben, also zum Beispiel Polkadot, Flow, Solana. Und da investierst du direkt rein oder über Derivate? Je nachdem. Es hängt so ein bisschen darauf an, wo beides letztlich. Es hängt ein bisschen auf, welcher Plattform gerade das Geld rumliegt. Es ist ja doch nicht einfach, so einfach das Geld her und her zu schieben, wie man immer denkt. Deswegen hängt es auch ein bisschen darauf an, da ab, wo gerade das Geld liegt. Und ich finde schon, dass prinzipiell Coinbase als Hedge gegen die Industrie eine Möglichkeit ist. Weil das Spannende ist natürlich, dass bei einer Plattform ich immer eine Marge. Und Marktplätze und Plattformen sind immer gute Geschäftsmodelle. Deswegen kann man schon sagen, dass wenn Krypto nochmal fliegt, dann wird Coinbase gut performen wahrscheinlich. Weil sie sozusagen einer der größten Handelsplätze sind. Andererseits hat Coinbase meiner Meinung nach ein riesiges Kostenproblem. Erstens das und zweitens, im Krypto-Crash hätten die doch auch jede Menge Geld verdienen müssen, oder? Weil wenn jeder seine Kryptos verkaufen will, sind das ja auch Transaktionen. Also eigentlich verstehe ich nicht, was die interessiert, ist ja nicht der Kurs von Krypto, sondern was die eigentlich interessiert, ist ja die Volatilität. Beziehungsweise das Handelsvolumen, sorry. Daran verdient die ja. Ja, aber wenn der Kurs sich drittelt und du das gleiche Handelst, also die gleiche Transaktionsanzahl hast, ist das Handelsvolumen halt auch gedrittelt. Stimmt, stimmt. Ich gebe dir vollkommen recht, also auch im Downturn verdienst du Geld. Das Problem, bei Aktien ist es ein bisschen anders. Wenn du sagst, Value geht hoch, Growth geht runter und es passiert die gleiche Anzahl Transaktionen, dann ist das Volumen wahrscheinlich bei einem typischen Brokerage-Player das Gleiche. Bei Krypto ist aber so, dass die Währungen ja alle irgendwie 85, 90 Prozent korreliert sind und wenn einer runtergeht, gehen alle fast runter. Alle runter, exakt. Und dadurch bei gleicher Anzahl Transaktionen, wenn der Markt runtergeht, würde das Handelsvolumen wahrscheinlich sinken. Aber inzwischen würde ich so ein Coinbase als Hedge durch das Kostenproblem vorsichtig formulieren. Ich habe es vor einem Jahr angefangen zu sagen, da war dieses Kostenproblem noch nicht so prävalent. Inzwischen Die werden ja auch gut konkurriert. Also Binance hat jetzt auf 0,0 Prozent Fee umgestellt, FTX sind ja auch krass gewachsen und konkurrieren die richtig hart. Also ich persönlich, ich habe nie so wirklich das Interesse verstanden, in so eine Kryptoplattform zu investieren, weil die sind ja so stark hängen, die haben Kryptokurs dran, da kann ich auch gleich in die Krypto selbst investieren. Außer ich denke, dass das Coinbase und Co, dass das die Schaufeln der Goldgräber sind. Genau. Der Unterschied ist halt, dass es ein produktives Asset ist. Also ich mag, ich habe irgendwie kein Gold, ich habe auch keine, Immobilien sind theoretisch produktiv, also nicht nur theoretisch sind produktiv, aber für mich ist es halt der spannende Hedge A, weil es wahrscheinlich überproportional profitieren würde von einem, also es wird überproportional getroffen, von einem Winter, aber es wird auch überproportional von der nächsten Welle, so es eine gibt, profitieren. Und theoretisch verdient es, außer wenn es unter einem gewissen, sagen wir Kosten, unter ein gewisses Kostenlevel fällt, verdient es halt auch in der neutralen Phase noch Geld. Aber dazu muss man die Kosten halt besser im Griff haben. Das sieht im Moment nicht so aus, deswegen bin ich jetzt deutlich vorsichtiger mit der Aussage auch. Okay. Dann vielleicht ein Thema, weiß ich nicht, inwiefern du da drin steckst oder dich damit beschäftigst, aber beim Welt, also wenn du so ein Weltportfolio aufbauen, weltweit investieren, gibt es jetzt immer mehr Leute, die sagen, Emerging Markets ist mir zu heiß, aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen, also Krisenherde in der Welt, vor allem aber auch, weil in diesen Emerging Markets Fonds aus China und Taiwan ein riesen, also beide Länder, eine riesen Position haben. Und da gibt es ja jetzt auch politische Spannung. Wie siehst du das? Findest du die potenzielle Rendite, die man damit machen kann, noch risikoadjustiert gerechtfertigt? Oder ist das das, wo du sagen willst, dann gehe ich ganz raus, wenn du überhaupt drin bist? Oder würde das gar nicht reingehen? Also ich bin vor einiger Zeit, ich glaube zu 100 oder fast 100 Prozent aus China rausgegangen, aus genau dem Grund, weil ich, also A, das potenzielle Risiko ist in den Kursen eigentlich immer abgebildet, wenn du davon ausgehst, dass es ein rationaler Markt ist, ein effizienter Markt. Deswegen sind chinesische Unternehmen deutlich günstiger. Ich glaube schon, dass die Chance, das hängt so ein bisschen auch vom Ausgang des Ukraine-Konflikts, glaube ich, ab. Also sagen wir mal, wäre der Ukraine-Konflikt innerhalb von vier Wochen gegessen gewesen oder hätte man sehr früh geschafft, Zelensky zu stürzen, dann wäre es schon Ermutigt. Dann wäre es relativ klar gewesen, glaube ich, dass China das als Erlaubnis nimmt, sich Taiwan in einem ähnlichen Move einzuverleiben. Und dann, jetzt muss man auch unterscheiden, wir können China nicht so gut sanktionieren wie Russland. Also man sieht, da ist Russland schwer, sehr schwer für uns, es zu sanktionieren. Man muss sich vorstellen, also Energie ist schon was sehr Wichtiges, aber unsere Handelsbeziehungen mit China sind so erheblich, dass es deutlich schwer wäre, das zu sanktionieren. Aber man würde schon in irgendeiner Art von Handelskrieg landen und ich glaube, die Möglichkeit, gegenseitig Aktien zu handeln, wäre das eine der ersten Sachen, die kassiert werden würde. Und damit werden deine Aktien so wie jetzt eine Tinkoff, eine russische Tinkoff oder so erstmal mit Null bewertet und nicht handelbar für westliche Menschen wahrscheinlich. Deswegen halte ich das Risiko schon noch für sehr signifikant. Es kommt dazu eben, dass du das immer nur durch diese ADRs, die Verbriefung handelst letztlich. Ich sage immer so spaßhaft, du hebst die Aktien nur für die kommunistische Partei auf. Du musst an dem Regulierungsrahmen eben mit all den Vorteilen, die wir kurz erwähnt haben, eben aber auch zweifeln, ob das eben unser Konzept von Ownership oder Shareholderschaft eigentlich ist. Von daher bin ich skeptisch. Ich würde schon gerne Emerging Markets und man muss sagen, sozusagen in Emerging Markets Fonds ist das immer ein großer Anteil. Es gibt eine ganz gute Webseite, die anzeigt, wie viel Prozent der Emerging Markets Funds eigentlich in Demokratien ist und wie viel nicht. Das ist relativ erschütternd, wenn man sich das anschaut. Und von daher verstehe ich, davon breit gestreuten Produkten abzusehen, ich würde tatsächlich, es gibt schon einzelne Länder, die ich sehr glaube, so in Südostasien, Vietnam zum Beispiel, hat extrem gut, also eine sehr gut gebildete Bevölkerung, super gute Wachstumszahlen, sehr junge Bevölkerung, kaum Überalterungsproblem noch, aus historischen Gründen, also hässlich gesagt, weil die in den Kriegen viele Leute geschlachtet haben, einfach insbesondere ältere und intellektuelle Menschen. Nicht in den Kriegen, sondern hauptsächlich im kommunistischen Regime auch, teilweise in Kambodscha und Vietnam. Aber es sind eigentlich jetzt sehr aussichtsreiche Volkswirtschaften, die aber auch schon hohes Exposure zu China haben, also viele chinesische Unternehmen lassen da inzwischen produzieren und haben hohen Einfluss. Aber es sind eigentlich Volkswirtschaften, in die ich gerne investieren würde. Was ich dabei nicht so gut finde, ist die Kombination aus Technologie und der Geografie. Also es sind dann relativ herkömmliche Branchen, also Versorger und Retailer und sowas, Industrie, in die man investieren würde, weil die Hochtechnologie tatsächlich eher aus dem Ausland kommt. Also es sind dann irgendwie, Samsung ist der größte Arbeitgeber, also Samsung kommt aus Südkorea, ist der größte Arbeitgeber in Vietnam, soweit ich weiß. Deswegen finde ich nicht so richtig Titel, die mir gefallen. Ansonsten gäbe es aber schon in Emerging Markets auch Volkswirtschaften an, die ich sehr glaube. Tendenziell würde ich es aber auch gerade wegen des China-Risikos meiden. Wenn man das mit einem kleinen Teil macht und wenn man mit dem Risiko leben kann, würde ich jetzt niemanden überstimmen, dass man das nicht machen darf, glaube ich. Wofür ich dann wenig Verständnis habe oder wenig Mitleid auch ist, wenn dann Leute rumheulen, warum kann ich jetzt meine Aktien nicht mehr handeln, wenn dann China irgendwie tatsächlich einmarschiert in Taiwan oder es beansprucht. Oder wenn der auf einmal sich rausstellt, dass du wie bei Luck & Coffee oder anderen Firmen so ein Fraud-Problem hast. Ich glaube schon, dass das Fraud-Risiko signifikant höher ist in China-Aktien, weil es schwächer reguliert ist. Schwächer reguliert, aber ich glaube, die Strafen sind drakonisch, oder? Ja, aber es ist weniger verurteilt gegen einen Ausländer. Also du hast sozusagen, wie soll man das gut sagen? Die China-Jugler ist relativ wenig, ob du ausländische Investoren defraudest, nach meinem Gefühl. Es gibt so diese Netflix-Doku, The China-Hustle, das kann man sich anschauen. Ich will nicht unterstellen, dass irgendwie ein Großteil der chinesischen Unternehmen Frauds sind oder so, aber es gibt, glaube ich, und es gibt auch in der westlichen Welt und gerade in Deutschland auch einen hohen Anteil, aber ich glaube auch, in China ist das, die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen höher im Vergleich zu einer Firma, wo du ein vernünftiges Wirtschaftsprüfergutachten in Europa oder USA bekommen hast, obwohl es ja offensichtlich auch da Schwächen gibt. Ich glaube, du findest in Europa kein Unternehmen, was jede Rechnung einfach zweimal ausgedruckt hat, so wie LuckinCoffee. Ich glaube, das Maß an Betrug ist nicht ganz so einfach herzustellen. Es ist ein bisschen komplexer, aber offensichtlich auch nicht super schwer. Hier haben wir eine Frage, die etwas mehr mit Humor zu nehmen ist, als ernst gemeint. Welcher Fonds wird besser performen? Jan Beckers oder Thelen? Ich würde vermuten, also ich glaube, dass beide einen Rebound finden werden, wenn die Märkte wieder hochgehen, weil natürlich ein Großteil der Gesamtperformance am Marktumfeld liegt. Es wäre unehrlich, das nicht zuzugeben. Ich glaube, dass langfristig der Jan Beckers Fonds besser funktionieren wird, weil ich das Gefühl habe, dass im gesamten Team dort mehr Expertise herrscht. Ich würde ihn selber nicht kaufen, weil ich die Gebühren bei beiden Fonds erheblich finde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der relativ gesehen outperformt, auch weil er einfach vor der Krise schon tatsächlich ganz gut abgeliefert hat. Ich glaube, dass beides letztlich Momentum-Fonds auf Wachstums- und Tech-Titel sind. Also ob die sozusagen gegenüber einem dreifachen Hebel auf dem Nestle tatsächlich noch eine große Outperformance liefern nach Gebühren, hielte ich für eher unwahrscheinlich. Aber in beiden Fonds auch zu früh, das zu beurteilen, um das ganz fair zu sagen. Das stimmt, ja. Die sind ja noch fünf Jahre alt. Ich glaube auch, dass beide sozusagen, beide, also was man sagen muss, dass der 10x-Fonds, glaube ich, durch einigermaßen unseriöse Versprechen auffällt. Das würde ich bei BitCapital jetzt vielleicht nicht sagen. Die andersrum sagen, sie wachst nur organisch, du siehst aber viel Advertorials, also bezahlte redaktionelle Werbung auf Finanzplattformen, was auch nicht zu dem Narrativ passt, was sie versuchen zu verbreiten. Von daher habe ich auch da bei beiden Probleme. Tendenziell, wenn ich zwischen Pest und Cholera wählen würde, würde ich, also ich dürfte nur in einen von beiden investieren, dann würde ich tendenziell BitCapital nehmen. Okay. Aber es ist, du bist ja auch, das würde jetzt komplett im Rahmen sprengen, aber du äußerst dich auch immer extrem kritisch zu solchen Konstrukten, deswegen meinte ich, dass die Frage halt nicht so ernst gemeint ist. Du warst ja übrigens auch in der Steuerung F-Doku, in der über Frank Thelen und seinen Fonds gesprochen wurde, zu Gast, ich glaube im letzten Drittel oder so kommst du zu Wort und analysierst das Ganze nochmal ein bisschen. Für jenen, der das noch nicht gesehen hat, kann ich empfehlen, wir haben da auch schon mal ein Reaktionsvideo auf unserem Zweitkanal. Wollte gerade sagen, ich würde eure Reaction darauf auch sehr empfehlen, die war sehr ausgewogen. Ja, danke schön. Verlinken wir natürlich alles, genau wie deinen Podcast oder euren Podcast, sorry. Dann habe ich auch noch eine Frage, die in die humoristische Richtung geht. Wie ist dein Netflix-Short gelaufen? Der ist, müsste ich mal gucken, der ist noch offen. Ich will auch keinen Problem. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, du tradest ja mit deinem 1-2% Soccer-Portfolio, tradest du ja Earnings. Das bedeutet, du wartest, bis Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen und positionierst dich vorher. Also du weißt, beispielsweise nächste Woche wird etwas veröffentlicht und machst deinen Gedanken darüber, wird es besser laufen oder schlechter als insgesamt der Markt erwartet und positionierst dich dann quasi kaufst, wenn du denkst, die werden bessere Zahlen veröffentlichen und setzt auf feierende Kurse, wenn du denkst, die ist die schlechtere Zahlen veröffentlichen. Habe ich das so zusammengefasst, dass das passt? Das passt. Ich würde nur ergänzen, dass das wirklich das vermutlich risikoreichste ist, was man überhaupt machen kann. Also Earnings-Traden ist insbesondere deswegen gefährlich, weil über Nacht, während du nicht handeln kannst, während dein Trade nicht liquide ist dann, der Kurs sich halt in dem Fall um 20 oder 11 Prozent, 12 Prozent, wann das glaube ich, bewegen kann und sagen, wenn der über 20, ich mache das auch mit einem Hebel in dem Fall, ich sage auch gleich, wie ich das Risiko dann wieder streue, das heißt, mit einem fünffachen Hebel kannst du halt 100 Prozent deines Kapitals über Nacht verlieren oder sogar ins Minus geraten. Deswegen ist das eigentlich nicht anzuraten. Kommst du das Produkt an, aber? Ich sichere das dann wiederum noch ab, indem ich mich versuche, gegen eine Marktschwankung zu versichern oder indem ich ein anderes Unternehmen in der gleichen Branche dann Longgear, das könnte es so ein bisschen mitigieren. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, also um 100 Prozent transparent zu sein, der Trade ist ziemlich genau 12,5, also wirklich auf die Nachkommastelle genau 12,5 Prozent im Minus, das heißt in dem Fall aber 75 Sekunden, nicht 75, sondern, was sind das? 62 Sekunde, 12,5 sind 62,5 glaube ich, kann das sein, an Verlusten sozusagen, die in der Position sind. Das ist aber wie gesagt Achso, weil es gehebelt ist. Genau, also du musst mal 5 rechnen. Achso, okay. Genau, 62,5 sind das, der als Fall, also fast schon, also in Richtung eines Totalverlustes. Ich glaube wiederum, dass Netflix, oder ich hoffe, ich kann mich da mega irren und ich habe mich bei den Earnings definitiv geirrt, total fein damit, das zuzugeben. Die Position ist noch offen und ich will sie auch offen lassen, ich würde sie aber irgendwann im Verlust beschränken, wenn Netflix jetzt wirklich boomt. Die größte Gefahr ist auch, dass da ja jetzt der Gesamtmarkt nochmal hoch geht. Aber ich hoffe, das reicht als kurze Antwort. Ja, alles gut. Genau, also der lief schlecht. Es gibt welche, ich kann immer sagen, was ich, also es ist kein, ich kann mir auch sagen, die, die gut laufen, sind zum Beispiel, ich habe relativ früh Affirm geschortet, Oatly, die ist zum Beispiel 40 Prozent im Plus, das heißt, das wären dann 200 Prozent, also eine Verdreifachung. Pinterest war ich short, weil E-Commerce nachlässt, Plug Power bin ich erfolgreich short, Shopify, wo ich aber auch Geld verliere, ist zum Beispiel, Tesla habe ich wieder eine kleine Position, die ist negativ, Twitter ist negativ, Zip Recruiter ist gerade, im Long Portfolio ist es positiv, hier ist es negativ, Monday.com ist negativ, mein, Krysalis, dass so eine Fintech Holding ist gerade wieder negativ, also es gleicht sich so ein bisschen aus. Vielleicht nochmal ganz wichtig, das ist dein Zockerportfolio, also da ist es weniger als ein Prozent meines Net Worth, das ist nicht deine, ist nicht deine, deine Altersvorsorge und wie machst du das, also wie, mit welchen Finanzinstrumenten baust du deine Shorts, also leihst du dir tatsächlich die Aktien oder machst du das über Derivate? Ich mache, also zwei verschiedene Art, wenn ich das, mein Hauptportfolio absichern will, was ich nicht oft mache, aber dann mache ich es in der Regel über einen langlaufenden Optionsschein, das heißt aber, ich habe dann erhebliche Versicherungskosten, dieser Optionsschein hat immer Optionskosten und das ist letztlich eine sehr, genau eine Prämie, das ist eine sehr teure Versicherung letztlich und wenn ich sozusagen dieses Earnings-Traden oder Long-Short-Kombination mache, dann mache ich das aus Bequemlichkeitsgründen tatsächlich über ein CFD-Konten. Da muss man aber immer dazu sagen, dass die überwiegende Mehrheit, also 85 Prozent oder mehr der Nutzer dort ihr Geld verlieren und auch ich bin sozusagen auf lange Sicht da noch nicht im Plus, aber genau, das ist für mich der einfachste Weg. Langfristig werde ich das wahrscheinlich mal mit einem echteren Brokerage machen, sofern ich glaube, dass es Sinn macht. Es kann auch gut sein, dass ich sage, irgendwann habe ich das Geld, was da drin liegt, verspielt und das ist nichts für mich und ich bleibe bei meiner Dauer-Long-Strategie. Vielleicht nochmal dann abschließend, wie teilt sich denn dein Portfolio in Zeit auf? Also wie viel Zeit investierst du in welches Portfolio? Weil da könnte ich mir vorstellen, dass ein Zocker-Portfolio vermutlich mehr als zwei Prozent deiner Zeit in Anspruch nimmt. Genau, von der Zeit ist das mehr, aber für mich ist das keine Kosten. Das ist eher ein Hobby. Ich lerne was dabei. Ich habe in unserer ersten Podcast-Folge oder so habe ich mal gesagt, es geht nicht darum, ich will nicht mehr Geld, sondern mehr Recht haben. Also ich mache das, ich will schon irgendwie beweisen, dass ich den Markt vielleicht ausperformen kann, auch wenn es höchst unwahrscheinlich wäre. Und wie gesagt, das ist auch viel zu früh. Also ich mache das noch nicht lang genug in der Intensität, um das abschließend zu bewerten. Aber von daher, das nimmt ein bisschen mehr Zeit ein, aber das überschneidet sich bei mir halt alles. Also wenn ich eine Firma oder eine Industrie analysiere, dann nutze ich das gleiche Wissen natürlich auch in meiner Beratertätigkeit. Ich teile das mit unseren Hörern beim Podcast und dadurch hängt das alles so zusammen, dass das unheimlich schwer zu trennen ist. Was ist Arbeit? Was ist Hobby? Was ist Podcast? Was ist Investieren? Was ist Beraten? Also ich bin super dankbar und sozusagen glücklich, dass ich einen Job gefunden habe, wo ich das alles so verbinden kann und sich nie wie Arbeit anfühlt, sondern eher wie ein Computerspiel. Aber deswegen ist es halt auch schwer zu trennen. Stimmt. Vielleicht noch ein Aspekt oder eine Frage, die jetzt mal ein bisschen aus dem Investieren rausgeht. Du bist ja auch, du hast ja das Thema Nachhaltigkeit ziemlich wichtig und du sprichst es ja auch an verschiedensten Stellen immer wieder an. Was sind so deine Tipps, die du jetzt noch abschließend unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mitgeben kannst, wie man persönlich positiv zum Klimawandel beitragen kann, also den zu verhindern? Also es gibt glaube ich zwei Dinge. Ich vermute, das Mächtigste ist tatsächlich, wie man sein Geld anlegt. Mächtiger als das eigene Konsumverhalten? Ja. Da findest du echt krass. Also ich glaube, es gibt einen Wirkungskreis. Im Moment funktioniert das noch nicht gut genug, um das auch ganz klar zu sagen. Also ESG ist als Konzept einfach nicht streng genug, nicht stark genug. Es ist zu einem gewissen Teil korrumpiert. Nicht transparent genug vor allem. Nicht transparent. Das ist auch nicht verständlich. Also man kann die Einflussfaktoren durchlesen, aber man versteht nicht 100 Prozent, wie das Rating daraus entstanden ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass in einer Welt, wo es wirklich Firmen gibt, die sagen können, wir sind CO2-positiv wir machen keine Kinderarbeit, wir verschmutzen keine Bäche, wir haben vernünftige Oversight, also unser Board ist nicht dem Gründer verpflichtet, sondern wirklich ein unabhängiger Aufsichtsrat. dass es eine gewisse Fraktion der Menschen gibt und insbesondere Retail-Anleger, die dort dann besonders stark investieren. Man sieht das ja an Ansätzen schon bei einem Beyond Meat oder Oatly oder so. Anders, glaube ich, kann man nicht erklären, warum die Bewertungen dort so hoch sind oder auch Tesla. Das heißt, Leute kaufen, was sie sehen wollen in der Welt und treiben die Kurse hoch und das wiederum sorgt dafür, dass, sagen wir mal, also ich bin ja in einem Aufsichtsrat von einem öffentlichen Unternehmen und wenn ich jetzt wüsste, der Markt gibt CO2-positiven Unternehmen oder negativen in dem Fall, also die CO2 einsparen sogar, die dreifache Bewertung, wäre ich der Erste, der sagt, lass mal abstimmen, ob wir CO2 negativ werden müssen, damit wir auch die gleiche Bewertung bekommen und ich glaube, so kann man sehr schnell, viel schneller als Politik, glaube ich sogar, die Incentives für große Unternehmen verändern und ich glaube, dieser Macht muss man sich bewusst sein und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie Leute in irgendwie Ölkonzerne, Tabakkonzerne oder sowas investieren, also ich, wenn da irgendwie, wenn man auf meiner Handy-App irgendwie klingen würde, ich bekomme 200 Euro Dividende von Philip Morris oder Altria oder so, ich kann mich da nicht drüber freuen, ehrlich gesagt, weil ich weiß ja, oder von Coca-Cola oder Mondelez oder so, ich weiß, da sind Menschen zuckerkrank durchgeworden oder krebskrank und das ist nur persönlich, ich will nicht andere Leute bewerten, die das machen, das ist nur meine Einstellung, ich könnte mich daran nicht freuen, ich hielte mich dafür nicht für einen besseren Investor, weil ich weiß, dass meine Rendite nur auf Kosten einer anderen Rendite oder eines anderen Nutzenfaktors erwirtschaftet ist, also ich habe Geld eingetauscht für Schaden am Planeten, an Menschen, an der Gesellschaft an sich und das, ich kann mich damit irgendwie selber täuschen und sagen, ich habe jetzt Geld gemacht, aber ich habe bei anderen Communities, bei anderen Menschen Schaden verursacht und auf deren Kosten habe ich dieses Geld verdient als Shareholder und deswegen ist es eine finanzielle Rendite, aber unter allen Nutzenaspekten ist mein Leben dadurch nicht besser geworden oder ich bin kein besserer Investor geworden, aber das ist nur meine Sicht, ich will das niemanden aufzwingen. Interessant, also du könntest ja auch theoretisch die Activist Schiene fahren und sagen, ich investiere bewusst in Dreckschleudern, Anführungszeichen, und setze mich dann dorthin und mache Druck auf das Management zu sagen, wir müssen unser Business-Konzept ASAP verändern, weil ich meine, Ölkonzerne brauchen wir ja heutzutage und die Frage ist nur, wie schnell schaffen die die Transition und hast du dort Vorstände sitzen, die überhaupt Bock auf diese Transition haben oder sagen die im Moment, so eine Ölplattform ist viel rentabler, viel entspannter, ich muss mich nicht mit irgendwelchen Research-Abteilungen zusammensetzen und überlegen, wo wir Windparks aufbauen können. Ich glaube schon, dass die großen Tabakkonzerne zum Beispiel alle Health- und vielleicht Pharmakonzerne werden in der Zukunft. Also die können ihre Cashflows noch nutzen, um sich zu transformieren und irgendwann sagen sie halt, wir schalten es ab. Sie brauchen den gleichen Lobby-Apparat dazu, den sie schon haben, nur dass sie in die andere Richtung lobbyiert dann. Ich glaube schon, dass es es geben wird. Aber woran ich glaube, ist, am Ende machen CEOs, was ihre Aufsichtsräte sagen und die vertreten die Shareholder und wenn Shareholder sagen, wir geben Unternehmen eine Prämie, weil ich eben weiß, dass ein Unternehmen neben der finanziellen Rendite noch eine positive Rendite oder einen positiven Nutzen für die Gesellschaft hat und für den Planeten und das bilde ich ab in meinen Nutzenfunktionen, dann kann das unternehmerische Entscheidungen sehr schnell verändern. Und das andere ist natürlich schon auch der persönliche Konsum. Und du sagst ja selber, also jeder hat guilty pleasures. Ich esse zum Beispiel schon auch noch Fleisch. Ich versuche das zu begrenzen und ich sehe keinen Grund daran, irgendwie 400 Gramm Steak zu essen oder so, versuche halt ein bisschen weniger zu essen. Aber ich habe zum Beispiel mehr Wohnraum, als ich bräuchte. Das ist mein guilty pleasure. Ich habe eine einigermaßen große Wohnung für zwei Personen. Die haben auch schon mal elf Personen gewohnt, muss man dazu sagen. Stimmt, du hast mal direkt am Anfang des Ukraine-Krieges Flüchtlinge aufgenommen und hast eine sehr, sehr coole Podcast-Folge dazu. Zwei oder drei produzierte. Sehr, sehr, fand ich ziemlich cool. Ja, vielen Dank. Genau. Also mein guilty pleasure, würde ich mal sagen, ich esse noch ein paar ungesunde Sachen und ich habe eine zu große Wohnung. Dafür habe ich aber zum Beispiel kein Auto oder ich fliege unheimlich wenig, fahre fast, also innerdeutsch sowieso noch Zug. Ich bin sogar nach London und Paris Zug gefahren. Ich fahre an Urlaub mit dem Flixbus, weil es tatsächlich in dem Fall auch eine total okaye Verbindung war. Ich finde es zum Beispiel total bescheuert am 9-Euro-Ticket. Das ist quasi eine, also wer das nicht weiß, Bus ist tatsächlich eine, zumindest nicht deutlich klimafallend, je nachdem, womit der Zug betrieben wird. Wenn es 100 Prozent Ökostrom wäre, dann ist der Zug auch super gut, aber je nach Ausgestaltungsform und je nachdem, wie voll es besetzt ist, kann ein Bus klimafreundlicher sein als eine Bahn. Und ich finde es doof, dass das mit dem 9-Euro-Ticket zum Beispiel nicht abgegolten wird, also dass man diese Industrie nicht gefördert hat. Im Gegenteil, die hat es jetzt deutlich schwerer, weil Leute sich lieber in einen überfüllten Regionalexpress setzen, statt Bus zu fahren. Ich finde es aber insgesamt eine ziemlich gute Sache, dieses 9-Euro-Ticket. Also ich glaube, du bist da, warst du nicht auch ein bisschen kritisch, was das Thema angeht, 9-Euro-Ticket? Ich finde es timing doof, dass du es in der Ferienzeit machst, jetzt kann man auch sagen, in der Ferienzeit brauchen es Familien besonders, aber also das einzuführen an einem der heißesten Wochenende, na gut, den Wetterbericht kann man vielleicht nicht ewig voraussagen, aber in der Ferienzeit. Aber ich finde es gesellschaftlich, finde ich das sehr, sehr cool, wenn öffentliche Verkehrsmittel einfach kostenlos wären, oder? Ich fände das total gut, wenn sie kostenlos oder sehr günstig wären, dass man muss nur eine andere Möglichkeit für den Marktmechanismus finden, also mit welcher Logik, also welchen Grund hast du dann noch Streckenausbau oder so haben. Meine Angst ist so ein bisschen, dass es dann nur noch als Kostenstelle gesehen wird in der Regierung. Und dann ist der Anreiz zum Beispiel nochmal eine neue, also wer ist der Lobbyist dafür, dann nochmal neue, du bräuchtest eigentlich einen sehr starken Lobbyverband der Fahrgäste, dann, der wirklich sagt, wir brauchen auch diese Strecke noch, wir brauchen den Ausbau des Regionalverkehrs, dann könnte das funktionieren. Prinzipiell bin ich dafür, den öffentlichen Verkehr stark zu subventionieren und auch jeder Autofahrer sollte eigentlich dafür sein, weil im Zweifel, wenn die Autobahnen frei hat oder durch, wer weiter Auto fahren will, hat einen Riesenvorteil. Davon, ich halte das für nicht so sinnvoll, aber ich verstehe nicht, warum Leute dagegen sind. Also der Schienenverkehr wird ja schon subventioniert, aber im Vergleich zum Auto noch relativ wenig und ich hielt es schon für gut, das deutlich günstiger zu machen, dann aber auch die Kapazitäten und die Takte zum Beispiel bei S-Bahn und U-Bahn deutlich auszubauen. Ich selber fahre super viel ÖPNV, weil ich total Nerven aufreiben finde, in der Stadt irgendwie Auto zu fahren. Macht mir auch null Spaß und ich nehme mir einfach ein bisschen mehr Zeit für gewisse Wege oder gehe sogar zu Fuß, höre in der Zeit Podcasts oder so. Es ist natürlich ein gewisser Luxus, die Zeit, sich dafür zu nehmen, aber da ich auch da arbeite, indem ich Podcasts höre oder Sachen durchdenke, geht es ganz gut. Aber ich glaube schon, dass so gerade Leute wie wir, ich meine, deine Audience ist je nach Video irgendwie zwischen 100.000 und 500.000 oder noch mehr Leuten groß. Wir haben rund 40.000 Hörer. Ich glaube auch, dass jeder Einzelne das eigentlich in seinem Bekanntenkreis und auch nur für sich selber ist. Es gibt bei Philipp Westermann im Podcast, habe ich dieses Paradox erklärt, dass, wenn ich dir sage, du reist in die Zukunft und was darfst du auf keinen Fall machen, sagt jeder, ah, ich darf irgendwie, ich darf meine Eltern nicht treffen oder meine Eltern müssen sich auf jeden Fall treffen, damit ich geboren werde und ich, oder ich muss Hitler umbringen, damit der Weltkrieg nicht passiert oder irgendwie sowas. Aber gleichzeitig sagt jeder in der Gegenwart, ich bin doch nur eine Person, ob ich jetzt Fleisch esse oder nicht oder ob ich jetzt mit meiner G-Klasse nach München fahre, ist doch alles total egal. Ich glaube schon, und ich glaube, ich sehe nichts davon so schwarz. Du kannst aus heutiger Sicht halt nicht den Impact so gut bemessen, weißt du, wenn du, glaube ich, damals vielleicht Hitler kennengelernt hättest, dann hat er ja noch damals noch keinen Weltkrieg geführt, weißt du, und dann fandst du ihn vielleicht einfach nur einen unsympathischen Typen, aber ich glaube, deswegen musste ich halt in jeder Situation schon jetzt richtig, du kannst die Zukunft ja nicht kennen, aber du kannst sie jetzt aus heutiger Sicht richtig verhandeln und was wir schon wissen ist, dass es mit dem Klima gerade nicht einfacher wird. Dieser Impact, also auch das sehe ich nicht total unkritisch oder schwarz-weiß, aber was man ja schon sagen kann, ist, dass diese Greta Thunberg halt sozusagen mit was, was jeder nur belächelt hat am Anfang, sehr, sehr weit gekommen ist. Also letztlich hat die mittelbar mit der Hilfe von ganz vielen anderen Menschen, die auch auf die Straße gegangen sind und die dafür ihre Leben opfern, also im Sinne von ihre Zeit opfern, hat sie die deutsche Klimapolitik signifikant oder die europäische signifikant verändert und es muss nicht jeder eine Greta sein, aber ich glaube einfach zu zeigen, dass auch Leute, die sich andere Sachen leisten können, trotzdem versuchen, irgendwie einen CO2-Abdruck klein zu halten, ist zumindest ein gutes Signal und ich kann, sollte ich mal Kinder haben, kann ich ihnen zumindest erklären, ich habe versucht schon, das zu machen, um sozusagen wenigstens nicht noch mehr Ressourcen von deiner Zukunft zu klauen. Das ist eine Debatte, die ich jetzt mit meinen Eltern habe, die sagen halt bis heute noch so, wir haben doch nur ein Auto und nicht zwei Autos, das ist doch schon super gut. Das fahrt die aber trotzdem 90, 98 Prozent der Zeit nicht und vielleicht hätte man das besser lösen können. Ich möchte mich zumindest vor der Debatte schützen, dass ich zumindest versucht habe, in gegebenem Umfang so viel wie möglich richtig zu machen. Cool. Ja, ich glaube, du bist auch ein Vorbild in dieser Sache und ich finde es gut, dass diese Thematik auch in anderen Thematiken, also wie beispielsweise, wir sind ja im Finanzbereich unterwegs, mit untergebracht werden und auch ein bisschen über die ESG-Diskussion hinausgehen, weil ja, ESG an sich ist ja, glaube ich, noch sehr ausbaufähig. Und ich glaube, um das nochmal zu schließen mit dem Aktienthema, ich glaube, was man schon betrachten muss, also ich war nicht immer ein super Grüner, ich habe in der Vergangenheit viel FDP gewählt selber, ich würde mich als irgendwo Mitte, Leicht, Links, Liberal oder so einordnen theoretisch und ich glaube, da fehlt auch eine Partei, die das macht, so Volt geht so ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube, was ich schon verstanden habe ist, also viele deiner Hörer haben wahrscheinlich irgendwie Wirtschaft studiert oder sind dem Thema nah, ist, die Grundaussage von Wirtschaften, von VWL, BWL ist ja eigentlich, dass du mit einer gegebenen Menge an Ressourcen so viel Output ermöglichst wie möglich oder erzeugst wie möglich oder einen gegebenen Output mit minimalen Ressourcen ermöglichst. Und was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist halt einfach, dass wir gesagt haben, gewisse Externalitäten, also negative Koppel-Effekte, also Weltverschmutzung und Genau, ich produziere eine Jeans, aber ich brauche Wasser, ich produziere CO2, ich verschmutze einen Fluss mit irgendeiner blauen Farbe und so weiter, das haben wir einfach nicht mit in die Rechnung genommen. Theoretisch hätte man sagen müssen, ich habe eine Jeans für 100 Euro. Ich habe aber Krankenversicherungskosten in Höhe von 50 Euro produziert, ich habe einen Fluss in Höhe von 20 Euro verschmutzt, ich habe CO2 in Höhe von 4 Euro und so weiter und so fort. Das haben wir nie mit einbezogen. Und das nennen wir jetzt aber alles Wirtschaftswachstum, weil wir einfach gesagt haben, der Teil der Rechnung existiert nicht. Und andersrum haben wir auf der Ressourcenseite, also dass ich, da ist die Jeans, das ist kein gutes Beispiel, nehmen wir mal das Auto, dass ich das Öl sozusagen aus der Erde bekomme, was wir nie wieder bekommen werden, dass ich Eisen aus der Erde hole, dass ich Cadmium oder irgendwelche Schwermetalle aus der Erde hole, um Batterien zu bauen und andere Teile. Das haben wir ebenfalls. Wir haben gesagt, die Kosten dieser Ressourcen ist sie zu schöpfen, also sie aus der Erde zu holen. Das ist aber nicht wahr, weil sie endlich sind. Also du hast auch da eigentlich Opportunitätskosten, was du sonst damit machen könntest, was zukünftige Generationen vielleicht damit, also theoretisch können in Zukunft Medizingeräte nicht gebaut werden, weil wir das irgendwie für Autobatterien genutzt haben oder so vielleicht, ganz stark übertrieben gesagt. Und ich glaube schon, dass wir uns, dass in 20 Jahren wird die Wirtschaftswissenschaft sehr sicherlich sagen, dass das 21. Jahrhundert, das Jahrhundert war, in der der Mensch zu dumm war, sozusagen ein Wirtschaftssystem korrekt zu attribuieren oder die Warenkosten seines Handelns einzuschätzen. Und ich meine, das Externalitäten ist ein Thema aus den 60ern und 80ern, glaube ich, in der VWL. Also es ist nicht neu, aber es gab immer so eine große Lobbyorganisation, die gesagt haben, lass uns nicht darüber nachdenken, sozusagen, dass das hier alles endlich ist. Ja, wir zahlen ja unsere Steuern dafür, für die Externalitäten. Genau, das ist ein... Als Argument. Und ein anderes Problem, was ich halt super eng verknüpft sehe damit ist, dass die Profiteure sozusagen dieser Überausschöpfung des Planeten und der Gesellschaft waren halt immer relativ wenige Menschen. Es ist einerseits eine ganze Generation, die dadurch sehr viel Wohlstand erreicht hat, aber insbesondere eben auch ganz wenige Menschen, die dadurch Multimillionäre und Milliardäre geworden sind. Und während wir die Kosten jetzt als gesamte Gesellschaft tragen müssen und vor allen Dingen andere Länder, die nicht davon profitiert haben. Also wir sagen jetzt, hier Afrika und China, wenn die jetzt auch noch alle Autos wollen, was soll das sein? Aber tatsächlich haben wir schon das Zigfache unserer Ressourcen verbraucht und deswegen können die jetzt sozusagen keinen höheren Lebensstandard erreichen oder wir schreiben denen vor, dass sie es nicht dürfen, obwohl sie letztlich hauptsächlich unsere Güter damit produzieren würden. Naja, das kann man jetzt ewig drüber reden, aber ich will doch die Deine Zeit Ich finde das gut, dass Sie das noch mit reingebracht haben. Pip, vielen Dank für das extrem ausführliche Gespräch. Du warst jetzt nicht so lange zu Gast, wie ich bei euch im Stream war, aber dafür war es vom Inhalt her wirklich super, super viele Themen angesprochen und ja, wenn es gut in der Community ankommt, dann vielleicht schaffen wir es nochmal, dich zu überzeugen, nochmal vorbeizukommen. Den Link zu eurem Podcast und allen Themen, die wir gestreift haben, gibt es wie immer natürlich in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass du da warst. Mittwoch wieder auf Twitch. Du bist wieder herzlich eingeladen natürlich als Zuschauer oder auch Gast, wenn du Zeiten los hast. Mindestens als Zuschauer. Ja, danke schön. Danke für die Zeit. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Das war schon das letzte Video aus unserer Interview-Serie mit Pip Klöckner. Wenn du die ersten beiden nicht verpasst hast, dann solltest du dir die auf jeden Fall anschauen. Wir blenden sie dir hier ein und wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, solltest du uns auf jeden Fall abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020